Minecraft Leben mit dem Ausleihen Halleschön Hier kann man zeigen um die Pflege unseres Grundstücks So, ähm Alter, das sieht ja noch ziemlich ungepflegt aus hier Ach, was mache ich denn hier, ähm Ja, Abitur kostet eine Million Dollar Hä? Slash Slash Schule Ach, das schwankt von Tag zu Tag Nein, du kannst es für die Prüfung für 500.000 in jedem Dollar nachholen Sofern du eine andere Note möchtest Ne, warte, das war ja eben auch schon so mit dem, ne Äh Du hast was Ein gleiches, äh, Dings hier, ne Die Säule hab ich ein zu weit nach innen gesetzt Loll Aber ich hoffe, hier dran hat er nicht gesäule, äh, also gesetzt D slash in Wo? Hey, Quatsch, I Willst du das ja auch weit machen, hier das? Der hat zumindest die eine Reihe da noch Also Die vier Der hat die vier Reihen da, den einen Layer Ja Weil Das würde ich mir nicht mal weit machen, oder nicht? Ja Alter, was ist denn das gerade? Alter, das ist gerade echt schlimm, oder? Ja Alter Boah, das ist so... Boah, das ist so... Ja, wir können ja hier alle abholzen, ist ja egal Ja Ja, auch die außerhalb vom Gebiet abholzen, ist ja fast egal Wir müssen ja eigentlich gar nicht in die Farmfelder, ist das witziger Ja Ja Was? Wird das... Wird das dann diesmal resetet, oder? Ja Ich meine halt, außer das, wo man gesichert hat Das weiß ich nicht mal Da könnte ich mir sogar vorstellen, dass das... Nee, geht ja nicht Wie willst du das separat sichern lassen? Nee, nee Junge, kannst du jetzt mal hier abbauen? Mh... Mh... Danke Bitte Hallo Tschüss Wachst du, hast du nach, oder was? Ich kann aber nicht wahr sein Ich muss meine Abläufe noch nicht abkommen Ich hab so einfach so ne Schub bekommen, gerne Hallo Oh Gott Ja Wird das ja erstmal neu gestartet mal werden, hm Nee, nee, wir müssen einfach nur reconnecten, dann ist das schon behoben eigentlich Ja, wenn das so ist Aber das würde ich jetzt nicht machen, weil dann kann es sein, dass deine Minecraft sich kurz minimiert und dann die Aufnahme abbringt Neeeein Ah, heil Zombie Ha? Wir haben nicht mehr wirklich Essen was Äh, doch Warte Warte T-Sash Ja genau, C-Log Das musst du aber ja machen Warte, wie war das jetzt? C-Modify, so Guck doch mal hier in die Ofen rein Da kann das nicht rein Achso, Leute, was muss ich da eingeben T-S-C-Log Was? C-M-I-O-D-F-Y I-F-Y und dann musst du meinen Namen dahinter schreiben und und dann musst du auf den Ofen links klicken, hab ich ja jetzt kann ich noch zugreifen die Tonung, man kann essen, weil du jetzt jetzt den wilder, junger, junger du kannst die Kiste hier bitte auch genau so machen boah dann musst du einfach nur wieder Tee und dann einen hab ich das Ganze mit dem letzten Ofen ja auch noch mann ein bisschen anstrengend ja wie viel Eisen haben wir bitte da ist ja meistens nicht mal bei naja so jetzt hab ich reingepackt zum Teil lass was reingehen so was haben wir jetzt hier hier das Gras das Loch ausgelassen, so als dass man sieht dass da die Mine ist weiß dann, jedes Loch weil hier ist können wir auch vielleicht, wir können alter ich hab grad ne Idee bauen so nen kleinen Dorfplatz hier auch das war cool so nen Dorfplatz mit so nem äh und da bei der Mine bauen wir wirklich so nen Mineneingang so nen Schacht mh geil wenn ich jedenfalls ja, stimmt hä, aber ich würd's echt interessieren, ob sich das so resettet halt, dass man nicht gesichert ist ja, solange der unseres alles gesaved hat, dann ist mir das egal mh weiß, seid doch froh alle Bäume spawlen wieder neu wirklich? wenn's resettet wird, dann werden alle Bäume neu gespawnt, theoretisch oder ist das nur mit dem Safen, dass kein anderer das abbaut? eigentlich schon, ja frasenbraten hab ich doch gesagt so, dann kümmern wir uns jetzt endlich mal darum, was hier gebaut wird und so vielleicht, oder halt auch nicht, oder doch, oder ich hab was ich hab was Ich hab was und zwar hab ichees gerade treu geklaut, ey! abgebaut geklaut ich habuber ist anders alright, hab ich einfach geklaut, ey! abgebaut ok ok ist doch Face zu weit von einem in der Kaiser Windowsした und er auch vor das drehen jetzt geht's wieder ping jetzt geht's doch hm also dann das wird auf die 2 du bist auf die 2 ja die hälfte von dem ganzen zeug nämlich bitte etwas essen so so ein kann ich von sich ja von sich noch so 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 und so mhm ja ist richtig ja oh Eisen die Frage was setze ich da hin auch eine Wolle weiß ich nicht vielleicht später zum bauen mhm bin ich so scheiße grad so ey Mann Mann Alter Alter Junge das ist ja was ja noch schnell wie Satoxien eigentlich schon ja Junge danke danke mhm das coole ist hier konnte ich nicht verlaufen du gibst einfach seit Haumen oder irgendwie so was dann bist du wieder das war das war schon bei beim kraft singleplay gespielt habe ich immer so näher fällt dass ich mich ständig verlaufen habe Hilfe was hast du denn da ging es runter hm das war auf dein niveau gelandet viel zu niedrig natürlich hm da muss noch was zwischen auf jeden Fall so so da hm 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 noch haben wir kein geld dafür ich bin da und hab kein geld mehr auf der bank ohne kohle kann ich mich holen keine ahnung wie der text geht scheiß egal ich schalte ich war bei die erst der ist ja gut wie ich es sehen kann mich wundert dass der server hat fleisch 100 slots er hat er glaube ich oder 250 übelst wenige das hauptsache der schon irgendwie so eine shop hat das wundert mich in die extrem es gab mal ein youtube-video der hat gezeigt dass du wirklich ein teilschrift server erstellen kannst neu die ip freigeben kannst dann kannst du irgendwo anmelden wird der sozusagen verifiziert dann kannst du damit instan pro tag keine ahnung 50 euro oder so machen heftig aber okay ich bin level 20 ich bin ja auch mehrfach gestorben nein guck doch in der aufnahme nach da bist du nie gestorben nicht ne auch nicht wegen dir nein aua kannst du an den aufnahmen nachgucken also du hast ja immer den besten moment rausgepickt ja wo bist du gerade ich ähm in der höhe oh sie kümmert sich um äh kümmert sich ums farmen ja und uns essen hat sich gekümmert ja also und noch am 8 schweig du hast keine rechte zum reden hahaha halt stopp halt stopp halte fahrten vorselz verletzt ja schön gemacht Oh ich bin stolz auf das kann ein bisschen Ergonie drin ne kein bisschen wie viel haben wir denn hier du bist da du scheiße ich wollte hier oben so eine kleine Scheune bauen die ist wirklich klein ok da abgesteckt hier noch was rein hier müsste die Stelze hin Protect got this pack feel hei 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 K dreiergang dann noch mal ein dreier ding daneben hier noch ein ding daneben so natürlich ich bin ganz runtergegangen in die hülle also sehr hochbauen ich habe keine blöde dabei so wir können uns gut so wurden trektors inster machen so so genauso nicht anders ja wieso die spawnen die ja voll der Müll was was denn hallo ich hab so wooden trapdoors gesetzt und wollte damit eigentlich so fenster machen ich muss dahinter dann noch ein glasblock setzen dass das geht oder halt irgendein block das ist dann aber naja aua 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 wir haben ein bisschen wenig holz tscheko limon duuuu aah ja komm das glaube ich so gut ist hier hoch nicht so geizig vollgewachsen nach no oh Gott ah, non-skillot was ist das mal Schachschläge, Alter gut, ich würde auch sagen, das war's mit dieser Folge wenn's euch gefallen hat, schreibt mal auf den Kanal vorbei gebt euch wieder ein Like, Abole und einen Kommentar und wir sehen's beim nächsten Mal wieder zum Minecraft-Leben was ich muss noch tschüss sagen ach so tschüss